Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Community Inc. Wir müssen unseren Auftrag erfüllen, aber die sind hier ein bisschen lahmarschig. Was ist da hinten passiert? Ach ne, Kuh. Immer noch nur drei Tische. Mann, die müssen sich mal ein bisschen beeilen. Und wir haben gerade eine Zuschauerin, meine Katze sitzt hier gerade neben mir. Das soll kein Clickbait sein. Aber sie sitzt hier wirklich gerade und das ist ein bisschen doof, weil sie blockiert gerade schön meinen Arm. Ich kann die Maus noch bewegen, es geht noch. So. Oh, gerade ein bisschen witzig. Ach ja, da haben wir Herbstop machen lassen. Gut. Ja, was machen wir in dieser Folge? Wir bauen natürlich fleißig weiter. Wir müssen ja hier noch ein bisschen hoch. Gott, ich werde hier gerade abgeschleckt. Mann, Katze, hör auf. Okay, was haben wir denn? Ähm, ach so. Das ist gar keine... Hä? Ist das jetzt ein Blumenkasten oder eine Wand? Eigentlich steht da doch Wall. Ich bin verwirrt. Warum ist das jetzt... Warum ist das jetzt ein Blumenkasten? Blue Flower Garden. Ach so, okay. Ähm, es war vorher ein Wall und jetzt ist es ein Garden. Okay, ich dachte, ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, das ist an der Wand dann. So eine Blumenranke an der Wand. Anscheinend nicht. Ähm, gut. Jetzt haben wir Blumenkästen auch ganz hübsch. Was machen wir damit? Hier zum Beispiel? Ja, das könnte man, glaube ich, machen. Das geht auch. Okay, dann stellen wir die einfach hier auf. Ja, sieht ja eigentlich ganz hübsch aus. Kann man machen. So. Und eine müssen wir noch haben. Die hier. Okay, das ist ja cool, dass daraus dann einfach mal so ein Blumenkasten wird. Ja, toll. Man sieht hier, unsere Gitarre steht falsch rum. Auch gut. So, jetzt haben wir hier zwei. Wo machen wir den hin? Hier vielleicht einfach oder hier? Können wir auch hier so machen. Obwohl, gefällt mir nicht so ganz. Hier steht schon so viel. Hm. An dem Bundesdorf. Hier. Ja. Das kann man machen. Hier so dazwischen. So. Dann gibt es da auch was Schönes. So. Sieht so ein bisschen schöner hier aus. Ja, ist eigentlich ganz niedlich. Vielleicht werden die auch noch größer. Ein bisschen klein bisher. Ich wette, ich nehme mal an, dass die noch ein bisschen größer werden, die Dinger. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Okay. Und ansonsten hätte man... Hä? Nein. Oh Gott. Äh. So war das jetzt nicht gedacht. Ich kann es nicht abreißen. Ernsthaft? Warum nicht? Halt. Hier. Ist es jetzt abgerissen? Das ist toll. Ja. Ach so. Okay. Haben wir es jetzt noch? Oder? Ah. Es ist auch tatsächlich kaputt. Ach man, es ist doof. Ja. Eben mal einfach ein Item verschwendet ist. Ja. Das heißt, wir haben nur sechs Tische. Meine Katze ist gerade vom Tisch gefallen. Juffi, alles okay? Juffi, ne? Okay. Das sieht man auch nicht alle Tage. Der hat sich gerade so dämlich auf der Tischkante geputzt, dass er tatsächlich vom Tisch gefallen ist. Na gut. Ihr geht's gut. Keine Sorge. Ihr geht's gut. Er hat ein bisschen perplex geguckt, aber es geht ihr gut. So. Wir könnten auch noch... Ah, die sind ja nicht fertig. Das ärgert mich gerade. Hätten wir es bloß nicht angenommen. Eine Minute schafft er nicht mehr. Dass sie auch nie was fertig machen, das verstehe ich nicht. Wir machen jetzt drei Jahre irgendwas anderes wahrscheinlich, anstatt hier mal die Tische fertig zu machen. Dabei ist das ja auch auf höchster Priorität. Also ich weiß gar nicht, was der denn Besseres zu tun hat. Sollten wir vielleicht doch alles andere rauslöschen? Ich weiß es. Ich dachte eigentlich, das macht nicht derselbe. Wir versuchen es mal. Äh. Verdammt. Okay, weil er einen gerade herstellt. Das kann man nicht löschen. Das Essen stellt er ja auf jeden Fall nicht her. Also das würde keinen Sinn machen. Das hier weiß ich nicht genau mit den Waffen. So. Gucken wir mal. Aber das würde doch überhaupt keinen Sinn machen dann, dass man Prioritäten einstellen kann, wenn der dann trotzdem die anderen Sachen macht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Oder der, der das eigentlich machen sollte, macht gerade einfach Pause. Das ist doch gerade auserzettet, der da den mit dem Stock verprügelt. Das war gerade seltsam. Ist auch schon wieder eins weg. Tja, irgendwie, es kommt keiner am Tisch. Das werden wir wohl nicht hinkriegen. Schade. Dann mögen uns die blauen Füchse ein bisschen weniger gleich. Ja, und wir haben vor allem 100.000 Tische, die wir nicht brauchen. Hier, das ist doch in Arbeit. Warum? Ah, jetzt steht er da. Schneller. Nein, nicht wieder abhauen. Jetzt geht er wieder hin. Unterhalte dich nicht mit dem Koch. Du sollst es bauen. Ah, Mann. Wie viel haben wir? Sieben. Jetzt macht er den achten. Ja, in 30 Sekunden wird wohl nichts mehr. Ach, Mensch. So was Blödes. Sieben, acht. Nee, das wird er nicht schaffen, oder? Wir müssen jetzt wirklich da schnell wieder hin und die anderen beiden ganz, ganz schnell putzieren. Okay. Neun. Aber man müsste hier echt irgendwie so bitten können, dass die einem das ein bisschen verlängern. Das wäre echt nett, wenn es gehen würde. Das geht leider, glaube ich, nicht. Nein. Achtzehn. Oh, Gott. Oh, Mann. So auf den letzten hier. Auf den letzten Millimeter. Verdammt. Sieben Sekunden. Ah, vor allem. Wir haben jetzt acht blöde Tische. Ah, und eins. Und jetzt. Oh Gott, die können uns gar nicht leiden. Verdammt. Boah, die mögen uns echt nicht. Wir könnten zwei Relations vor 100. Boah. Jetzt bringt ja gar nichts. Das ärgert mich jetzt. Wir haben jetzt vor allem 100 Tische, mit denen wir gar nichts anfangen können. Auch mit dem Scheiß. Ah, das war echt doof. Das war echt blöd jetzt einfach nur. Unnötig einfach. Naja. Gut, kann man sich ärgern, wie man möchte. Bringt alles nichts. Wir stellen hier einfach noch ein bisschen her. Das kann man jetzt leider nicht ändern. So, dann müssen wir jetzt nur mal gucken, was wir alles dafür abgebrochen haben. Gerade auch. Hier sind ja noch einige Sachen. Ja. Woher jetzt schon wieder? Ist es nur einer? Das würden wir ja so schaffen. Ja, das schaffen wir auch so. Okay. Haben wir geschafft. Ist schon vorbei. Alles gut. Alles gut. War nur ein kleiner Wolf. Boah, was machen wir denn jetzt mit zehn Tischen? Verdammt. Was, den kann ich da noch nicht mal reinstellen? Wollen wir mich verarschen? Ernsthaft? Oh, da kommt noch ein Wolf gerade. Oh, da kommen mehrere. Okay. Stopp, stopp, stopp. Okay. Doch nicht nur einer. Wir müssen mal schnell suchen, wo hier unsere anderen Leute sind. Ja, jetzt gibt's doch nicht. Ich drücke alle an, die kein Gart sind. Der Gucker vielleicht? Nein. Natürlich nicht. Das gäbe da auch nicht. Farmer? Nein. Oh Mann. Komm, irgendeiner muss doch hier mal. Nein. Jetzt kommen wir einmal nach oben. Ja. Sollte eigentlich reichen, oder? So, und du, helf hier schnell mal, Gart. Hallo, Cinder. So, wo haben wir hier? Wo sind denn die Guards? Hallo? Du sollst da bitte hin und die Leute retten. Dankeschön. Wo sind die anderen? Unsere ganzen Leute werden hier gerade angegriffen und irgendwie macht keiner was. Warum nicht? Haben wir noch irgendwo einen Guard? Schön, jetzt geht gerade irgendwie die Geräusche weiter vom Kampf, obwohl wir im Haus im Niveau sind. Äh, hier stirbt gleich einer. Scheiße. Walk is to life died. Super. Na toll. Nur weil die Guards irgendwie hier gerade nichts machen. Das ist echt toll. Echt super toll. Keine Ahnung, warum. Aber ey, die Leute stehen hier gerade echt nur dämlich rum, die Guards. Die machen nichts. Die wechseln ihre Jobs gerade irgendwie nicht. Ich glaube, wir haben hier gerade einen ziemlichen Fehler. Ich kann auch gerade nichts anklicken irgendwie. Nicht so richtig. Ja, ich kann gerade gar nichts anklicken. Warum nicht? Helft uns der Bau? Ne, der hilft uns auch nicht. Ja, irgendwas buggt hier gerade einfach nur rum. Man sieht es ja, die Viecher machen kaum was, was sie eigentlich tun sollten. Und der Wolf greift hier glaube ich gerade den Baum sogar an. Und unser einer Typ da ist auch gleich tot, wie man sieht. Das ist doch einfach nur doof. Das war einfach nur gerade alles buggy und deswegen hat es nicht funktioniert. Da konnten wir jetzt überhaupt nichts für, dass das da nicht geklappt hat. Was ist da das denn jetzt? Hier Pushen 350. Brauchen wir die gleich selber? Hm. Ich glaube, die brauchen wir gleich selber. Die können wir gar nicht verkaufen. Okay, haben wir es jetzt? Weiß ich nicht. Ich höre immer noch irgendwo ein Geräusch. Oder? Hier brennt es. Warum brennt es dann jetzt hier? Nein. Oh, wir gehen jetzt echt Selbstmord. Was ist denn hier los? Leute. Ist es vorbei? Ähm. Löscht da jemand das Feuer? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendjemand freiwillig macht. Ja, es brennt, Leute. Ähm. Also es wäre ganz super, wenn jemand das Feuer löschen würde. Irgendwie kommt da gerade keiner. Warum nicht? Also man hat leider keinen Job, man hat Feuerwehrlöscher, ähm. Leute? Feuer? Anscheinend müssen wir echt warten, bis das da jetzt abbrennt. Und irgendwie haben echt nur zwei Leute ihren Job gewechselt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, was da gerade los war. Das war einfach nur total buggy, würde ich sagen. Ich meine, wie der Bilder, der einfach nicht im Level steigt. Ich glaube auch nicht, dass das so gewollt ist. Oh nein, da kommt schon wieder einer. Stop. Wir werden gerade echt nicht verschont. Brauchen wir noch mehr? Ist hier noch irgendjemand, der gar sein kann, zufällig in der Nähe? Okay, der ist fast tot. Äh. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte den Typen da. Ach, egal. Ich bin gerade leicht genervt. Ich glaube, man merkt es. Ist aber gerade einfach nur unfair, was hier passiert. Okay, den haben wir noch irgendwo. Jetzt brennt der zweite Tisch. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier gerade los? Also, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Echt nicht. Ähm. Ich sehe gerade nicht. Level 4. Der steigt auch einfach nicht. Irgendwas klappt hier gerade nicht so richtig. Hier ist der Herbalist. Ja, und die Sachen hier fackeln einfach ab. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, das ist Herbalist-Ding. Ja, Herbalist-Workbench. Okay, ich kann sie zerstören. Nein, kann ich nicht, wenn sie im Feuer sind. Oh, das wurde jetzt gelöscht. Okay, also muss einfach nur jemand mitkriegen und das Ding von sich aus löschen gehen. Das ist... Nein! Was ist hier denn los? Sag mal, wer hat denn hier alles in Brand gesetzt? Warum brennt hier alles? Okay, da wurde eins wieder gelöscht. Aber, ja, das hier? Will keiner. Löschen. Okay, also irgendwie ist das gerade... Wir brauchen eine neue Herbalist-Workbench. Ist da gerade noch irgendwas hier gerade explodiert? Weiß nicht. Und wie sage ich denen eigentlich, dass die eine Heap-Potion nehmen sollen? Kann ich wahrscheinlich auch nicht wirklich selber bestimmen. Warte mal, ich mach mal ganz kurz Pause, weil mir das gerade ein bisschen zu viel ist. Okay, wir brauchen eine neue Herbalist-Workbench. Ganz, ganz dringend. Ähm, gekraftet. So. Wird hergestellt? Okay. Weil wir können auch keine Potions herstellen ohne. Puh, das ist gerade ein bisschen... Ein bisschen krass. Ja, und wir wissen leider nicht, wer jetzt gestorben ist. Ähm, wir können nur einmal kurz durchgucken und schauen, ob uns irgendwie auffällt, wer weg ist. Farmer, Taylor, Fisherman ist noch da, Cooker ist noch da, Lumberjack ist da, Carpenter ist da. Was fehlt? Ist der Bäder noch da? Der Miner ist da. Herbalist ist da. Cooker ist da. Taylor, Farmer, Sceptor? Gefällt nicht auf, was fehlt. Herbalist, Farmer. Ich hab keine Ahnung, was jetzt fehlt. Leider. Irgendein Job wird uns wahrscheinlich gerade fehlen, aber ich... Der Trader? Ist der Trader gestorben? Ja. Der Trader ist, glaube ich, gestorben. Ah, Mist. Der Trader. Okay, äh, dann brauchen wir auf jeden Fall einen neuen. Ja, das kann jetzt auch kein anderer übernehmen. Dann müssen wir den jetzt mal zum Trader... Trader? Da. So, haben wir einen neuen. Weil sonst verkaufen wir hier nichts mehr, das wäre nicht so gut. Können wir auch mal kurz gucken, ob wir hier wieder irgendwas wegkriegen. Oh, nee, brot noch nicht. Na, mal die Karotten. Ich hoffe, die Frostwüchse geben uns nochmal... Oh, guck mal, die Blümchen sind richtig groß geworden. Schön. Steht die nicht so komisch ab. Ähm... Okay, das ist ziemlich cool, dass es geht. Dass sie geerntet werden. Ah, die Hühnchen wäre nicht, wenn ich... Oh, ähm... Cotton. Achso, die wollen uns das verkaufen, das ist Quatsch. Wären sie Füchse gewesen, hätte ich es gemacht für den Ruf, aber so ist es Quatsch. Mensch, das war ja gerade ganz schön, ähm, hardcore alles. Da war ich ja gerade ein bisschen schlechter Dinge fast. Ach ja, wir wollten hier eigentlich auch Zeug machen. Ähm, wir brauchen noch ein Bettchen. Wir brauchen Stühle. Ah, die sind besser, okay. Nochmal davon mal ein paar Vorrat gerade. Achso, viel können wir gar nicht machen. Hier ist es egal, aber das passt natürlich besser. Hier der Tisch. Jetzt haben wir hundertmal diese Scheißtische. Naja, gut. Ha, das ist ein bisschen... Ein bisschen verzweifelt gerade. Ich glaube, wir brauchen neue Bäume tatsächlich mal wieder. Ja, jetzt können wir tatsächlich mal einen neuen Baum gebrauchen. Was ist die mal da? Den am Friedhof will ich eigentlich gar nicht. Ich nehme mal hier, glaube ich, einfach mal mittendrin. Ach, da ist auch noch ein bisschen was. Na gut. Egal, haben wir jetzt so. Felsen liegen sogar noch ein paar rum. Okay. Boah. Mann, Mann. Hier ist gleich fertig. Das heißt, wir können gleich noch neue Tränke produzieren. Perfekt. Machen wir das gleich mal. Healthcare. So. Können wir die anderen? Ne, da brauchen wir Plants for Healing noch. Machen wir gleich so viele, wie wir können hier am besten von dem Zeug. Mann, ich bin ein bisschen K.O. So, was ist jetzt mit dem Tisch? Den können wir hier einfach nicht dahin stellen, wo ich ihn gerne gehabt hätte. Das ist doof. Schade. Ähm, Moment. So, ein anderes Bett. Gut, dann bleibt uns eigentlich nichts übrig, als hier das Bett hin. Geht auch nicht mehr. Ähm, irgendwie kann ich hier nicht das hinstellen, was ich so gerne möchte. Die lassen mich hier irgendwie gerade gar nichts hinstellen auf den Flecken. Nur hier. Das sieht doch scheiße aus. Ähm. Das geht doch nicht. Ich muss doch hier Sachen hinstellen können, wie ich möchte. Mir sägert mich jetzt ein bisschen, dass man es da nicht hinstellen kann. Ich meine, hier so einfach vor die Tür. Sieht doch blöd aus. Kann ich es da hinstellen? Ja, muss ich es wohl da hinstellen. Und stell da jetzt die Stühle ran. Achso, sehe ich noch nicht. Na gut. Warten wir noch kurz. Oh, ich hoffe, wir bleiben jetzt erstmal kurz eine Weile verschont von so einen Angriffen. Das war mir schon ein bisschen zu krass. Vor allem, da waren richtig so eine, ähm, so eine Leute mit Rüstungen. Das waren nicht nur Wölfe, da waren richtig welche mit Rüstungen. Falls ihr das gesehen habt. Das hätte ich gar nicht erwartet. So. Was können wir denn jetzt noch machen? Äh. Wir sind K.O. davon noch. Ähm. Können wir hier? Nee, wir brauchen erstmal wieder Holz nachschub. Okay. Na, müssen wir kurz warten, bis die ein bisschen nachgeliefert haben. So schnell sind die tollen Materialien alle weg. Ruf was? Achso. Wir sind Vogel. Ich dachte gerade schon, dass es wieder was Neues. Sagt gerade ein bisschen anders aus. Bücherregale. Nee, wir brauchen für alles Holz. Mist. Können wir alles nicht bauen. Äh, jetzt können wir wahrscheinlich die Stühle hier ran stellen. Wenn wir was sehen würden. Eins. Zwei. Und... Können wir hier auch noch einen ran stellen. Nummer drei. So. Jetzt können sie sich da auch hinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob die da wirklich mal dran sind. Oder doch, ich glaube, hier saßen schon welche. Ich glaube, ja. Wie sieht es hier aus? Oh, da haben wir sogar ein Hühnchen, was geerntet werden kann. Ja, ich sag geerntet. Ich sag jetzt mal nicht geschlachtet. Hier in dem Spiel werden auch die Tiere geerntet. So. Ansonsten. Und noch mal Tische brauchen wir jetzt nicht in den Häusern aufbasteln. Aufstellen. Ich weiß gar nicht, ob in der Bibliothek eigentlich auch... Ja, guck mal. Da sollten wir vielleicht auch mal einen Tisch hinstellen mit Stühle. Weil da müssen die ja auch mal dran sitzen irgendwie und lesen. Können wir den auch so. Das könnten wir machen. Ich hoffe, da passen ja noch Stühle dran. Das ist ja Quatsch, wenn die Bibliothek keine Stühle hat, oder? Furnishing. Die sind besser, ja. Wenn man isst. Achso. Hm. Na gut, dann können wir in die Bibliothek vielleicht auch so, ne? Ich hätte gerne mal so, ne? Einfach, falls ich gerne sehen würde, wie es aussieht. Und ansonsten brauchen wir hier noch unbedingt irgendwas. Was war das? Ist auch ganz hübsch eigentlich. Das würde ich auch gerne mal sehen. Die Zäune sind auch ganz schick. Können wir nochmal so ein Buchtkabinett machen. Ach, stimmt. Ja, wir haben uns so eine geilen Stühle oben. Warte mal. Na, bist du. Na gut. Stellen wir davon jetzt noch einen her, weil es so jetzt uns doof aussieht. Aber ich würde auch gerne die hier mal her... Geht gar nicht. Oh Gott, wir brauchen ganz dringend... Ganz, ganz dringend... ...Rottenplate-Dinger. Also Loks erstmal. So, Tisch steht da. Haben wir schon Stühle? Ja. So. Stellen wir hier einen ran. Und dann auf die anderen Seite noch den anderen gleich, wenn er da ist. Können wir hier jetzt noch ein Bett reinstellen irgendwo? Geht das irgendwo noch? Komisch. Bevor der Teppich hier lag, konnte man hier noch Sachen hinstellen. Jetzt nicht mehr. Irgendwie hat der Teppich anscheinend einen Bug gemacht. Warte mal. Das ist mir ein bisschen zu doof hier mit dem Teppich. Ich wette nämlich... Ja, jetzt geht's wieder. Komisch. Hier steht ja auch der Teppich so. Vielleicht muss man den Teppich erst später drunter legen. Na gut, das haben wir jetzt uns ein bisschen leider verkackt. An der Stelle. Bauen wir jetzt da einfach noch ein paar Betten rein. So. Betten sind auch nicht verkehrt. Ich frage mich echt, warum die Sachen gebrannt haben. Ich frage mich gerade, ob das die Viecher gemacht haben, die in den Rüstungen. Ob die einfach Sachen im Brand setzen. Und wie ich gerade sehe, ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal hier Schluss. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer nächsten Folge dann wieder. Also, bis dann.